Herzlich Willkommen zu den Vorlesungen zur Linguistik und Sprachgeschichte des Deutschen. Mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Linguist an der Technischen Universität in Dresden. In der Beschreibung habe ich alle Informationen und Materialien zur Vorlesung für Sie verlinkt. Besonders freue ich mich, wenn Sie vom Feedbackformular Gebrauch machen. Haben Sie dafür im Voraus recht herzlichen Dank. Ja, herzlich Willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Vorlesung zum Thema Digitalität Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft. In den letzten Wochen haben wir uns damit beschäftigt, wie eine Kultur der Digitalität unsere Gesellschaft transformiert. Und sind hier sehr dezidiert auf die Thesen von Felix Stolder eingegangen. Und ich möchte die heutige Vorlesung nutzen, um ein wenig überzublenden zu dem zweiten Teil unserer Vorlesung, nämlich zu den Herausforderungen für die Wissenschaft. Das Ganze hat sich in den letzten Wochen schon dadurch angedeutet, dass ich ein Thema, nämlich das autonome Fahren mit sehr rudimentären Mitteln für Sie versucht habe, maschinell zu erschließen, und zwar mit sehr einfachen Mitteln. Und wir werden diese Mittel nach und nach jetzt einsetzen, um auch uns dem Thema der sogenannten Digital Humanities zuzuwenden. Das heißt, einer methodischen Unterstützung würde man meinen. Andere sagen, es ist ein eigener Wissenschaftsbereich in den Geisteswissenschaften. Und ich versuche hier in den nächsten Wochen eine Standortbestimmung vorzunehmen. Aber heute möchte ich gewissermaßen an diesem Scharnier mit einem anderen Thema einsteigen. Ja, heute ist der sogenannte Digitaltag. Das heißt, der eine Möglichkeit für verschiedene Institutionen bundesweit sich einzubringen in einen gemeinsamen Austausch über digitale Lehre, digitale Universität, digitales Leben, digitale Gesellschaft. Und ich möchte dezidiert darauf hinweisen, dass Sie alle Initiativen sowohl unter dem Twitter-Händel digitaltag.de als auch unter dem Hashtag digitaltag20 abrufen können. Die Geistes- und Sozialwissenschaften der TU Dresden sind mit einem eigenen Angebot auf diesem Digitaltag präsent. Und wenn Sie darüber twittern, dann erwähnen Sie nur den Bereich gsw-underscore-TU Dresden oder nutzen Sie das Hashtag gsw-tud. Weshalb ich heute an diesem Scharnier nicht direkt in die Digital Humanities einsteige, sondern noch einmal auf Felix Stalter zurückgreife und seine drei Kriterien. Kriterien und Kategorien für die Kultur der Digitalität, nämlich Referentialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität, hat viel damit zu tun, dass das, was er beschreibt, nämlich den Einsturz alter kultureller Ordnungen, in denen das Neue bereits deutlich sichtbar wird, ist in diesen Tagen besonders gut zu sehen in einer Diskussion, die öffentlich geführt wird über die digitale Hochschullehre. Und das wird heute mein Thema sein in dieser Vorlesung. Wie auch sonst, lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, entweder hier auf YouTube zu diskutieren oder für die Studierenden, die die Vorlesung besuchen, im entsprechenden Matrixraum. Oder auf Twitter würde mich sehr freuen, ich verfolge das alles mit und beantworte und sammle Ihre Fragen. Noch ein Hinweis, alle Quellen und alles Material sowie der Podcast zur Vorlesung sind im Beschreibungsbereich unter diesem Video verlinkt, sodass Sie das Ganze auch nachvollziehen werden können. Beginnen möchte ich mit einem medialen Ereignis, möchte man sagen, vor wenigen Tagen. Und hier mit der Headline starten, mit der dieses mediale Ereignis in der Zeit besprochen worden ist, nämlich am 8. Juni. 2000 Professorinnen und Dozenten fordern Rückkehr zur Präsenzlehre. Morgens schwimmen, mittags ins Café und die Uni lehrt nur virtuell. Das, so Hochschullehrende, sei nicht zu erklären. Sie wollen unterrichten und nicht nur digital. Was ist passiert? Mittlerweile hat dieser offene Brief, der hier anzitiert wird, eine Menge an Unterschriften von 4.272 Dozentinnen, die diesen Brief unterschrieben haben. Und er hat im Netz für Furore gesorgt. Ich zeige Ihnen hier ganz kurz diesen Auftakt in diesem Brief zur Verteidigung der Präsenzlehre. In den letzten Jahren haben sich an den Hochschulen Elemente einer digitalen Lehre immer mehr durchgesetzt. Zunächst als Unterstützung der Präsenzlehre, dann als deren Ergänzung oder gar als eine mögliche Alternative und nun mit Corona als glückliche Rettung. Und in der Tat, ohne digitale und virtuelle Formate hätte sich das Sommersemester 2020 nicht durchführen lassen. Und auch grundsätzlich leisten digitale Elemente mittlerweile einen wertvollen Beitrag zur Hochschullehre. Im Gefühl des plötzlichen möglichen digitalen Sprungs nach Form drohen indes drei Aspekte verloren zu gehen, die unserer Überzeugung nach von grundlegender Bedeutung für das Prinzip und die Praxis der Universität sind. Nur ein Seitenvermerk, warum dieser Brief auf einer kommerziellen Adresse unter präsenzlehre.com veröffentlicht worden ist, erschließt sich mir nicht, passt aber ins Bild des Ganzen. Aber zunächst, bevor ich dazu im Detail komme, möchte ich mir einige Reaktionen darauf genau ansehen. Wir sehen zum Beispiel hier, wie Jarda mit einem Thema Protest gegen ein Phantom, ein offener Brief heißt die Diskussion um die Frage des Präsenzbetriebs der Hochschulen an. Dann von Annalena Scholz ein viel beachteter Artikel in der Zeit. Droht ein Ende der Präsenzlehre? Fürchten sich die Geisteswissenschaften vor dem Digitalen und sind Universitäten systemrelevant? Fragen an den Germanisten Roland Burgartz, der im Übrigen den offenen Brief, den ich gerade zitiert habe, initiiert hat. Und dann ein, noch exemplarisch dazu, ein aus derselben Richtung schallender Ruf. Meine historische Rechtfertigung der Präsenzlehre und des Seminars, die hier seit vorgestern sehr unterschiedliche Reaktionen provoziert, ist jetzt online und zwar bei der FAZ von Kai Bremer. Ich würde mir jetzt im Detail die Reaktion auf diesen Brief und den Brief selbst gerne im Detail mit Ihnen anschauen und möchte Sie vor allen Dingen dazu einladen, dass Sie das Interview, das Annalena Scholz in der Zeit geführt hat, dass Sie sich das in dieser Hinsicht nochmal anschauen. Denn, und wir kommen auch darauf noch einmal zurück, denn sie stellt, wie Christian Spannagel unter anderem richtig festgestellt hat, die richtigen Fragen und Roland Burgartz gibt recht eigenwillige Antworten auf diese. Aber dazu werden wir im Detail gleich kommen. Aber bevor ich auf dieses Interview eingehen möchte, habe ich einfach etwas gemacht. Ich bin nämlich in der ehemaligen DDR sozialisiert und ich bitte einmal zurück. Wenn ich so eine Überschrift lese zur Verteidigung der Präsenzlehre, fühle ich mich sehr an den offiziellen Sprachgebrauch in der DDR erinnert. Dann ging es in etwa so, zur Verteidigung des Friedens, zur Verteidigung der Völker und Freunde der Sowjetunion und so weiter und so fort. Also das sind typische Genitivattribute, die ich dem sofort, dem Sprachgebrauch in der ehemaligen DDR zu ordne. Um dem nachzugehen, habe ich gedacht, ja gut, schaue ich doch beim DWDS einmal nach, so wie wir das in den letzten Wochen gemacht haben. Extrahiere die Belege, der Link dazu ist angegeben und zähle doch mal die Genitivattribute aus, mit denen zur Verteidigung der oder des in den Corpora hier im DWDS Kernkorpus aufgenommen wird. Und bevor ich sie mit langweiligen Statistiken quäle, habe ich mir gedacht, präsentiere ich ihnen einfach der Einfachheit halber eine Wortwolke. Vielleicht zu viel dazu, ich habe in dieser Wortwolke die adjektivischen Attribute zu den Nomina entfernt. Also wenn Sie hier zum Beispiel in dieser Wortwolke so etwas wie Welt sehen, dann ist damit die freie Welt oder die westliche Welt gemeint. Gleiches gilt für die Hemisphäre. Aber Sie sehen auch einen Begriff Errungenschaft. Das wiederum zur Verteidigung der Adjektiv Errungenschaft und so weiter und so fort, gehört genau zu diesem Muster des offiziellen Sprachgebrauchs in der ehemaligen DDR. Gleiches gilt für Frieden, für die Integrität von ganzen Territorien und Ländern, für die Sicherheit, für die Souveränität, für den Weltfrieden und die Arbeiter. Und Sie sehen um diesen Kreis herum eine sehr starke Gruppe von territorialen, aber auch ideologisch aufgeladenen Begriffen, so etwas wie Vaterland, wie Land und Mutterland, Heimat, die Grenze und dann auch Rechtsbegriffe, also das Recht, das Menschenrecht und so weiter und so fort. Militärische Anspielungen sind natürlich auch da, also das heißt die NATO, die Grenze, das ist die Souveränität eines Landes, die Hemisphäre, damit ist die westliche Hemisphäre gemeint, der Westen generell, aber auch so etwas wie Kultur und natürlich dann auch im juristischen Kontext der Angeklagte. Sie sehen also diese Phrase zur Verteidigung der X ist politisch und ideologisch nicht ganz unverdächtig und man muss sich schon sehr wundern, weshalb Roland Burgartz zu dieser Formulierung greift. Denn in meiner Wahrnehmung, in der linguistischen Bestätigung hier von einigen ausgewählten Belegen wird sehr schnell sichtbar, dass das Ganze politisch höchst aufgeladen und ideologisch markiert ist. Schauen wir mal eines dieser Beispiele an, das ich meinte, das habe ich hier herausgezogen, das würde ich ganz gerne vorlesen, auf der Grundlage des Prinzips, wonach die Verteidigung und der Aufbau des eigenen Landes zu Recht das Werk des Volkes eines jeden Landes ist, verpflichten sich die beiden Seiten einander gegenseitig und rückhaltlos in allen Bereichen und in allen nötigen Formen Unterstützung und Hilfe zu bieten, um die Fähigkeit zur Verteidigung der Unabhängigkeit, der Souveränität, der Einheit, der territorialen Integrität und der friedlichen Arbeit der Menschen jedes der beiden Länder gegen alle Manöver und Sabotageakte der imperialistischen Kräfte und der internationalen Reaktionäre zu stärken. Und das Bild, was ich Ihnen daneben gegeben habe, ist Ausdruck dieses Ganzen. Ja, seid bereit zur Verteidigung des Friedens und unseres sozialistischen Aufbaus. Und Sie sehen auch, dass die Verteidigung des Friedens immer gern mit Waffen passiert. Und in der ehemaligen DDR ist der Spruch, der Frieden muss bewaffnet sein, eines der Leitmotive der sozialistischen Politik, auch der Außenpolitik. Deshalb möchte ich mein absolutes Unverständnis ausdrücken, wie man über eine Kultur der Digitalität und eine zunehmende Wissenschaftskultur der Digitalität mit so einer Phrase im Hetterer eröffnen kann. Schauen wir uns nämlich einmal an, was eigentlich hier an dieser Stelle passiert. Alexander Ziem, ein sehr wertgeschätzter Kollege und lieber Freund in Düsseldorf, den ich viel zu selten sehe, hat sich daran gemacht, das Framenet, das amerikanische Framenet, teils maschinell übersetzen zu lassen. Hier ist noch viel Arbeit möglich und nötig. Aber es kommt mir auf diesen Frame Defending, also Verteidigung an. Und hier sind drei wesentliche Aspekte festgelegt, nämlich ein Verteidiger reagiert auf den Angriff eines Angreifers und rechtfertigt damit gleichzeitig die Verteidigungshaltung auf ein Opfer, indem er einen Opfer identifiziert, indem er ihm direkt und in der Regel gewaltsam entgegentritt. Also das heißt, es geht hier um eine gewaltsame Auseinandersetzung. Daneben, alle diese Rollen sind hier nicht definiert, sondern hier in dem frühen Stadium dieses German Framenet, das ich Ihnen unbedingt für die eigene Analyse ans Herz legen möchte, ist ein Verweis auf das Berkeley Framenet. Und da schauen wir jetzt mal hin. Hier ist dieser Frame Defending definiert, mit allen Core- und Non-Core-Elementen, also Frame-Elements. Und Grundlage der Frame-Semantik ist, das und auch des Framings, dass wir mit der Wahl bestimmter sprachlicher Strukturen, sprachlicher Einheiten, immer etwas mitmeinen und bestimmte Erwartungen, Konzepte aktualisieren und aktivieren und somit einen Deutungsrahmen aufbauen, indem wir eine bestimmte Szenerie beschreiben. Wenn wir also über einen Frame Defending sprechen, dann reden wir über eine massive Auseinandersetzung, die offensichtlich zwischen zwei Parteien geführt wird. Und es gibt eine gute, moralisch gute Seite und es gibt eine moralisch verwerfliche Seite. Und diese moralisch verwerfliche Seite greift ein Opfer an und der Verteidiger oder die Verteidiger beschützen dieses Opfer vor den Attacken eines Angreifers. Ich habe das Ganze mal, diese Frame-Elemente, die jetzt hier sehr klein dargestellt werden, herausgezogen und habe Ihnen das mal schematisiert. Also es gibt offensichtlich jemanden, also eine Person oder eine selbstgerichtet, also selbstaktive Entität, die beabsichtigt oder tatsächlich schon vollzieht einen Angriff auf ein Opfer und auf der anderen Seite steht das Opfer, das heißt, das kann ein Individuum sein oder eine Entität, die unter Angriffsfeuer eines Angreifers steht und dazwischen springt jetzt der Defender und der Defender ist eine, hier damit ist ein Frame-Element gemeint, das ist ein Wesen oder eine Entität, die auf die Angriffe des Angreifers reagiert und somit das Opfer schützt. Ja, das das Opfer schützt. Das ist der Frame Defending. Jetzt schauen wir uns mal an, wer, wenn wir uns das sprachlich anschauen und genau definieren, hatten wir hier in der Vorlesung, sind wir über die Diskurssemantik eingestiegen und haben uns überlegt, welche Interaktionsrollen, Diskursposition und Diskursmarker es gibt, wie der Diskurs geprägt wird und wie die Akteure selbst wiederum die Diskursregeln prägen. Um es einmal deutlich zu sagen, das was hier passiert mit diesem Artikel zur Verteidigung der Präsenzlehre ist, dass ein Frame gesetzt wird, um etwas zu verteidigen, das offensichtlich unter massiven Angriffen steht. Also das heißt, es gibt einen Akteur, Roland Bogarts, der postuliert, dass es so etwas gäbe, wie eine, wie einen Angreifer und er stilisiert sich in diesem offenen Brief als Defender, also als Verteidiger der Präsenzlehre. Damit ist eine ganz klare Interaktionsrolle eingenommen und auch eine Diskursposition. Es findet eine soziale Stratifizierung statt, das heißt, es gibt eine moralische Bewertung. Es werden Fragen der Macht angesprochen, der Diskursgemeinschaften. Es gibt so etwas wie die Fragen, wer kann ein Stimmführer sein in dieser Auseinandersetzung und mehr oder weniger adressiert er eine bestimmte Gruppe, nämlich die akademische Gemeinschaft, aber darauf werde ich gleich noch kommen und es ist eine höchst politische Debatte, die da stattfindet, ohne dass klar ist, wer eigentlich Adressat oder Gegner ist, zumindest wenn man sich erst mal das Ganze anschaut zur Verteidigung der Präsenzlehre. Werfen wir mal einen Blick in den offenen Brief hinein. Was sind die drei Aspekte, die Roland Burgards anspricht, das heißt, die den Kern und das Prinzip und das Wesen einer Universität ausmachen, nämlich, die Universität ist ein Ort der Begegnung. Studieren ist eine Lebensphase des Kollektiven und die universitäre Lehre beruht auf einem kritischen, kooperativen und vertrauensvollen Austausch zwischen mündigen Menschen. Wenn man sich die Geschichte der Universität anschaut, stimmt zumindest der dritte Punkt nicht. alle anderen Punkte kann man so unterschreiben. Eine Universität ist eine Communitas und zwar eine Communitas, die im Wesentlichen in ihrem Kern eine mittelalterliche Gemeinschaft darstellt. Also eine Insel der Glückseligen, die sich in einem Hort zusammenschließen, um gemeinsam zu forschen und zu lehren und Wissen auszutauschen und vor allen Dingen Wissen zu produzieren, also Wissen zu schaffen. Dieser Ort, an dem man zusammenlebt, ist nicht frei von Hierarchien. Möglicherweise sind die Menschen mündig, aber überall da, wo es Hierarchien gibt, gibt es möglicherweise nicht immer einen kooperativen und vertrauensvollen Austausch. Und mit der Kritik nach oben ist es wie mit dem Vertrauen nach unten. Auch das kann gegeben sein, muss es aber nicht. Nichtsdestotrotz ist das, was Burgerts hier formuliert, ein Idealbild der Universität, nämlich ein Ort der Begegnung in dieser Communitas und das Studieren als eine Lebensphase des Kollektiven, indem man Selbstwirksamkeit entfaltet und zwar sowohl als Lehrender als auch als Studierende oder als Studierende und damit spricht er faktisch keine Geheimnisse aus. Interessant wird es im zweiten Teil nach diesen drei Punkten. Das lese ich kurz vor. Wir weisen auf die Gefahr hin, dass durch die aktuelle Situation die herkömmlichen Präsenzformate an Wertschätzung und Unterstützung durch die Hochschulleitungen die Bildungsministerien und die Politik verlieren könnten, eine Unterstützung, die sie in der Zeit nach Corona dringend brauchen werden. Rufen Sie noch einmal bitte das Schema aus dem Frame Defending auf. Ich habe Ihnen hier rot markiert, was die Gefahr ist, also was wer der Angreifer ist. Interessant ist, dass Burgarts in seinem Brief den Angreifer nicht benennt. Das nennt man oder so beschreibt man in der Linguistik das Mitgemeinte, also das Gemeinte eines Satzes, den er hier sagt, ist tatsächlich, er drückt eine Sorge aus, was passieren könnte. Mitgemeint ist allerdings, dass Unileitungen, also Hochschulleitungen, Bildungsministerien und Politik sowieso schon die ganze Zeit daran arbeiten, Präsenzformate zurückzudrängen. Denn Präsenzformate sind kostenintensiver als digitale Formate. Das ist der Kurzschluss, der hier vorgeführt wird, der mitnichten stimmt, aber die Prämisse dieser Aussage ist. weiter im Text, eine Unterstützung, die Sie in der Zeit nach Corona noch dringend brauchen werden. Das heißt, die Präsenzformate sind das, was zu schützen gilt, das, was verteidigt werden muss. So sinnvoll und wichtig Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus sind, Corona sollte nicht zu einer nachgereichten Begründung für Entwicklungen in der Lehre werden, die vor Corona offen und kritisch diskutiert wurden. diese kritischen Debatten dürfen nicht durch scheinbare Evidenzeffekte, wie sie die Pandemie bisweilen produziert, abgekürzt werden. Damit sind Merkmale gemeint, die der Angreifer an sich vereint. Das sind nicht nur die Hochschulleitungen und die Bildungsministerien und die Politik, sondern es ist auch die Pandemie, die zu diesem Angreiferpool gehört, die nämlich aufgrund dieser produzierten scheinbaren Evidenzeffekte die Präsenzlehre zurückdrängt und gefährdet, die deshalb verteidigt werden muss. Und den letzten Satz will ich Ihnen nicht vorenthalten, die Präsenzlehre als Grundlage eines universitären Lebens in all seinen Aspekten gilt es zu verteidigen. Damit ist die Klammer zur Überschrift dieses auf den Briefes geschlagen, also es gilt X zu verteidigen und damit wird auch deutlich, dass dieser Abruf des Frames Defending keinesfalls nur zufällig passiert ist. Also etwa aus Unkenntnis dessen, was dieser Satz oder diese Phrase aufruft. Hier geht es doch mal um das Opfer, also das heißt, das was durch einen Angreifer attackiert wird, die Präsenzlehre als Grundlage eines universitären Lebens in allen seinen Aspekten und dann der Verteidigungsaspekt Defend gilt es zu verteidigen. Das Ganze hat, wie man an der Wortfolge vorhin gesehen hat, unmittelbar einen kriegerischen Impetus, der durchaus nicht mit dem wohlgesetzten Setting im Mittelteil dieses Briefes zusammengeht, in dem über die Universität als ob da Begegnung gesprochen wird und Studieren ist eine Lebensphase des Kollektiven, sondern hier wird eine Situation heraufbesprochen, in der es darum geht, ob das Digitale oder das Analoge obsiegt. Mit anderen Worten, dieser letzte Satz und dieser letzte Abschnitt ist, wenn man sich noch einmal die Kultur der Digitalität von Felix Stalter in Erinnerung ruft, genau das Moment, an dem eine traditionelle Ordnung begreift, dass die Zeit dessen, wofür sie steht, sich nicht mehr aufrechterhalten lässt. Das heißt, die Transformationsprozesse in eine Kultur der Digitalität wird auch vor der Wissenschaftskultur der Digitalität nicht halt machen. Nichtsdestotrotz halte ich solche Briefe und vor allen Dingen solche Positionierungen für brandgefährlich, denn sie verdecken, was eigentlich unser aller Anliegen ist. Nämlich, dass wir universitäre Lehre in Präsenz mit digitalen Methoden besser machen wollen. Das heißt, und anders zunächst, und dass wir in diesem Lernprozess natürlich auch Fehler machen dürfen, denn dafür ist eine Universität auch da und das erwähnt Borgertz nicht, eine Universität ist nicht fertig, eine Universität und das universitäre Leben wird gemacht und zwar jeden Tag von allen Mitgliedern, die in der Communität und Communitas zusammen leben und zusammen forschen, also Universität, das sind wir. Und es ist kein Ort, sondern es ist eine Gemeinschaft. Gut, gehen wir mal davon weg und ich habe mir da noch etwas zweites angeschaut, das wollte ich, hatte ich vorhin schon angeteasert, nämlich den Artikel und das Interview von Annalena Scholz in der Zeit. Ich dachte mir, ja, vielleicht hat es Roland Borgertz nicht so gemeint, ja, also vielleicht ist der offene Brief in einem Duktus verfasst, also in einem Stil, der möglicherweise eine bestimmte, dem eine bestimmte Einschätzung des Diskurses zugrunde liegt, die vielleicht nicht mit seiner Diskursposition übereinstimmt und habe mir dann das Interview nochmal angeschaut, das zeige ich Ihnen jetzt aber auch nur im Auszug. Wie gesagt, Annalena Scholz stellt sehr kluge und berechtigte Fragen in diesem knappen Interview, das ich Ihnen unbedingt zum Lesen empfehlen möchte und ich gehe jetzt mal in Reihe durch und hier auch mit der farbigen Kodierung, Defend, Attack und Victim. Herr Borgertz, Sie haben einen offenen Brief initiiert, in dem Sie die Präsenzlehre als zu verteidigendes an den Universitäten gegenüber der digitalen Lehre verteidigen, also hier haben wir diese beiden Pole, die offensichtlich hier in das, in den Defending Frame passen und Annalena Scholz nimmt genau diesen Defending Frame auf und buchstabiert ihn hier aus. Hinweisen möchte ich Sie auf den Begriff der Intervention, auch der Begriff der Intervention passt in diesen militärischen Frame, der im Wesentlichen hier dem Ganzen zugrunde liegt, metaphorisch und schauen wir uns mal seine Antwort an. Wir diskutieren gerade aller Orten über eine Rückkehr zur Präsenzveranstaltung in Kitas, Schulen und Theatern. Über die Universitäten gibt es noch keine solche Diskussion. Hingewiesen seien Sie bereits auf das Wir, das er verwendet und auf die sprachlichen Strukturen, die er beschreibt und in denen er sehr unpersönlich bleibt und auch ohne direkte Subjekte spricht. Also in der Konstruktionsgrammatik würde ich zum Beispiel dann von non-agentiven Konstruktionen reden. Ich weise Sie darauf hin. Viele Lehrende sind erleichtert, wie gut das digitale Sommerselvester läuft. Das stimmt sehr wohl. Es gab aber ein Bedürfnis auszusprechen. Es ist die aktuelle Pandemie, die uns drängt, digital zu lehren. Das heißt, wir haben hier einen Aggressor und das Drängen und das Gedrängtsein vor allen Dingen passen schon wieder in das Bild dieses Defendings. Eigentlich wollen wir zurück in den Hörsaal, denn das ist das, was es zu schützen gilt, also das, was zu verteidigen gilt, die Präsenzlehre. Jetzt Annalena Scholz, will das denn langfristig jemand verhindern? Das heißt, gibt es eine Entität, die permanent die Präsenzlehre in Frage stellt. Jetzt Borgertz, der Brief ist eine Vorsichtsmaßnahme. Das heißt, wiederum ein Defending, also das heißt, es ist präventiv. Denken Sie daran, der Friede muss bewaffnet sein, also das heißt, um gegen einen Aggressor rechtzeitig reagieren zu können, bedarf es Vorsichtsmaßnahmen und vor allen Dingen der weltweiten Aufrüstung. Das heißt, die weltweite Aufrüstung auch in den 80er, 90er Jahren wurde immer als Vorsichtsmaßnahme deklariert, da das Gegenüber aggressiver sei als man selbst. Jetzt, wir sorgen uns, also ebenfalls aus Ausdruck dieser Präventivmaßnahmen und in der Einschätzung einer globalen Situation, dass das Digitale künftig bevorzugt. Und jetzt wird die Frage, von wem, sagt Bogertz nicht. Aber er stellt sich in ein kollektives Wir, das befürchtet, dass irgendwer, dessen Name nicht genannt sein darf, das Digitale künftig bevorzugen wird. Das ist eine non-agentive Konstruktion mit Werten. Ich würde hier an der Stelle aber der Einfachheit halber, und weil ich jetzt nicht in die Konstruktionsgrammatik eingeführt habe, hier mal von einem sogenannten Werten-Passiv sprechen, dessen Bedeutung ist, dass es eine bestimmte Perspektivierungsleistung vornimmt, die am Argens einer Handlung vorbeiblickt, also einen Argens einer Handlung ausblendet. Für die Zeit nach der Corona-Pandemie brauchen wir starke Stimmen, also das heißt, das ist wieder dieses Wir, wir brauchen starke Stimmen, die sich für die Präsenzlehre einsetzen, also das ist wieder das Victim, was hier aufgerufen wird aus dem Frame Defending. Und jetzt, sie ist ein Grundprinzip universitären Lebens. Nochmal, also das Grundprinzip, also man kann sich über die Grundprinzipien von universitärem Leben streiten, zweifelsohne ist die Präsenzlehre und die Lehre in Gemeinschaft sehr, sehr wichtig, aber sie als, hier zu deklarieren, als das gefährdete Grundprinzip einer gesamten Institution, halte ich für nicht zielführend. Blicken wir noch weiter. Also, wer stellt denn genau in Abrede, dass die Präsenzlehre relevant wäre? Also Annalena Scholz lässt auch nicht locker, sondern sie fragt nach, wer dieser Aggressor sei, der die Präsenzlehre bedroht in ihrer Existenz. Es gibt Stimmen, ja, also wie das mit einem unpersönlichen ist, ja, also wird behauptet, es gäbe Stimmen, die sagen, seht, seht ihr, das heißt, damit ist dieses kollektive Wir, der Defender angesprochen, wie gut digitale Lehre funktioniert, an der Präsenzlehre festzuhalten ist konservativ. Und damit wird klar, an dieser Stelle, dass Bogart den offenen Brief zur Verteidigung der Präsenzlehre genauso gemeint hat, wie er ihn geschrieben hat, mit dem militärischen Framing des Defendings. Und hier wird auch klar, was man in anderen Kontexten als die Spaltung einer Kommunität bezeichnen könnte. Ja, es gibt ein Wir und es gibt ein Sie. Und Sie, das sind diejenigen, die die Präsenzlehre abwerten, die sagen, sie sei konservativ und die vor allen Dingen, diejenigen, die an der Präsenzlehre festhalten, Defender, genauso attackieren, wie die Präsenzlehre selbst. Jetzt wiederum der Umschwenk auf das Wir, also der Defender, falls wir mit diesem Brief einen Konsens beschreiben, wäre das wunderbar. Dann wäre er hiermit deutlich artikuliert, das Schreiben richtet sich nicht gegen irgendwen. Ja, sondern ist Ausdruck einer Selbstverständigung der akademischen Gemeinschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zu dieser akademischen Gemeinschaft gehöre, wenn ich sowas lese. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei ihr oder bei wir stehe. Und ich halte es für einen Ausdruck, um es neutral zu sagen, noch einmal, um zu illustrieren, wie die Prinzipien von Felix Stalters Kultur der Digitalität in einem Streit um den Status von Präsenzlehrer an der Universität, vermeintlichen Streit, den Streit gibt es nicht. Also deswegen ja da mit dem Phantom, das angegriffen wird, Protest gegen ein Phantom, dass hier offensichtlich etwas passiert, dass eine Gruppe an Dozentin und Hochschullehrerin wähnt, dass hier ihr altes System, also ihr bekanntes und etabliertes, traditionelles, geliebtes System abgeschafft werden soll durch einen nicht namentlich zu nennenden Aggressor. Ja, schauen wir mal noch weiter. Kai Bremer hatte ich noch anzitiert. Das ganze Umfeld, also die ganze Diskussion im Moment um dieses Thema herum ist relativ speziell und man möchte meinen, dass es an wilden Metaphern eigentlich das genug ausgetauscht ist. Aber deswegen habe ich das hier noch einmal rausgegriffen, warum die Präsenzlehrer nicht verschwinden darf, als ob das überhaupt in Frage stünde. Aber Sie sehen, er nimmt dieselbe Haltung ein wie Roland Bogarts und hier geht es im Wesentlichen um eines, was man tatsächlich kritisch in einer umfassenden Arbeit sich genauer anschauen muss, den Vergleich der Vollverschleierung gegen die Universitäten wenden, denn es muss so etwas wie eine öffentliche Kommunikation geben, eine offene Kommunikation und die digitale Kommunikation mit der digitalen Vollverschleierung verschließt, indem nämlich Lehrende und Studierende sich das Recht herausnehmen, in zum Beispiel Videokonferenzen kein Kamerabild zu übertragen. Und das Ganze schießt aus meiner Sicht über das Ziel hinaus, passt aber genau in die Argumentationslinie und die Diskursposition, die auch Bogarts einnimmt. Das heißt, das Ende der Universität, wie wir sie kennen. Ja, damit, dabei will ich es mal belassen, schauen Sie sich den Artikel selber an. Also das heißt, das sind viele Diskussionen und viele Stimmen, die sich hier in den sozialen Netzwerken zu diesem Thema austauschen. Es gibt auch einen regen Austausch außerhalb der sozialen Netzwerke, auf den ich jetzt allerdings nicht eingehen kann. Wenn Sie darüber diskutieren wollen oder hier Hinweise haben, würde ich mich freuen, wenn Sie das in den Kommentaren unter diesem Video hinterlassen. Nur so viel, er ist Ausdruck dieses Widerstreits zwischen bestehenden Ordnungen und Auffassungen von Wissenschaftskultur in einer Kultur der Digitalität, die sich hier in dieser Diskussion gerade abzeichnen. Weder die eine noch die andere Seite ist eigentlich zu beglückwünschen für die Position, die sie gerade einnimmt. Denn das, was passiert, ist notgedrungen Ausdruck dessen, dass es hier eine Ablösungserscheinung, eine Transformation gibt zu etwas Neuem, zu einer neuen Hochschullehre, die digital gestützt ist und die mitnichten die Präsenzlehre abschaffen will, sondern die Präsenzlehre gerade braucht. Ja, mit anderen Worten, die Zeichen stehen auf Sturm. Ja, um die Anfangsmetapher zur Verteidigung der Präsenzlehre noch einmal vorzuziehen. Ich möchte Ihnen hier noch einen Protagonisten vorstellen, das ist Jürgen Handke, der seit Jahren im virtuellen Virtual Linguistics Campus digital unterrichtet und hier auf Twitter seinem Unmut deutlichen Ausdruck verleiht. Der Brief strotzt vor Unkenntnis. Der größte Gewinn durch die digitale Lehre ist die neue Präsenzlehre, aber die Unterzeichner kennen die digitale Lehre überhaupt nicht. Leseempfehlung, dritte Auflage, gerade erschienen mit ca. 40 Seiten zur Präsenzphase und so weiter und so fort. Und ihm geht es darum, dass man Blended Learning Formate einsetzt, um die Wissensvermittlung aus der Präsenzlehre herauszuziehen, also das typische Dozieren aus der Präsenzlehre herauszunehmen und mit Studierenden in der Präsenzphase in Kontakt zu kommen. Und glauben Sie mir, auch Jürgen Handke wird es schwerfallen, dass er diese Präsenz im Seminarraum im Moment nicht hat. Und jeder von uns und jede von uns wünscht sich genau diesen Austausch vor Ort in unserer Kommunität zurück. Allerdings muss das nicht zwingend heißen, dass die digitale Lehre die Präsenzlehre bedroht ja und ins Nichts treibt und verschwinden lässt. Ja, das als Ausgangspunkt dafür, in welcher Situation wir uns gerade befinden, denn das, was ich Ihnen als die Prinzipien der Digitalität, Prinzipien und Charakteristika vorgestellt habe und die mit Stalter auf die Prinzipien der Referentialität, der Gemeinschaftlichkeit und der Algorithmizität gebracht worden sind, betreffen freilich auch die Wissenschaft. Sie sehen, heute an dem Beispiel habe ich Ihnen vorgeführt, wie die digitale Hochschullehre im Moment in einer plötzlichen Transformation durch die Pandemiesituation steht. Und das Gleiche betrifft aber auch die digitale, also die Forschung und die Wissenschaft, mit der wir arbeiten. Denn die Nutzung von digitalen Tools, die Nutzung von digital erschließbaren Ressourcen und der Umgang vor allen Dingen mit solchen, und das hatte ich ja versucht vorzuführen an einem kleinen Ausschnitt beim autonomen Fahren mit einem Blick auf einen Telegram-Corpus, das Sie nicht mehr händisch annotieren können und vor allen Dingen auch nicht mehr erfassen können. Würde ich mich freuen, wenn wir über diese Prinzipien, das heißt die Partizipation, der Transparenz, der Vernetztheit, der Sichtbarkeit, der Zielorientierung, der Zusammenarbeit, Freigebigkeit und Werteorientierung in den nächsten Wochen in dieser Vorlesung sprechen können, um zu zeigen, wie eine neue Form der Wissenschaft, also wie eine neue kollaborative Form der Zusammenarbeit und des Austauschs über Gegenstände, die Entwicklung neuer Gegenstände, das Zurücknehmen der Ellenbogen, der Wille gemeinsam etwas aufzubauen, so etwas wie eine neue Orientierung in einer Communitas wie der Universität hervorbringen kann. Das Ganze ist mit viel Arbeit verbunden und vor allen Dingen auch mit vielen Kompromissen und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen über die Sommerpause die Gelegenheit haben werden, dass wir uns in unseren Universitäten darüber austauschen, wo wir genau im nächsten Jahr und mittelfristig und langfristig hinwollen, wenn wir über eine neue Form von universitärer Lehre sprechen. Ganz kurz, womit es in der Vorlesung weitergehen wird, ich werde mich auseinandersetzen mit der Einführung von Fotosianidis, Hubertus Kohle und Malte Rebein zu den Digital Humanities, um mit ihnen allen fundierten Einblick zu bekommen in das, was im Moment möglich ist. Ich werde mir aber auch anschauen Germanistik Digital, eine Publikation, die durch ein recht eigenwilliges Titelbild auffällt, nämlich so wie man sich üblicherweise die digitale Geisteswissenschaft vorstellt. Also man sitzt vor einem Bücherregal an einem Monitor und liest dort ein Buch. Das Ganze ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Dann würde ich mit Ihnen mir gerne in linguistischem Kontext genauer ansehen, Henning Lobin Digital und Vernetzt, das neue Bild der Sprache, in dem das Vernetztsein und die Digitalität selbst zum Modell wird, um Sprache zu beschreiben. Und eine Publikation Protesttwitter, eine medienlinguistische Untersuchung von Straßenprotesten. Darauf darf ich Sie schon jetzt sehr gerne hinweisen, besonders deshalb, weil diese Publikation als eine Open Access Publikation für Sie frei verfügbar ist und zugänglich ist. Und Sie können als angehende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon jetzt das Wissen in dieser Publikation teilen, sich damit auseinandersetzen, ihre eigenen Arbeiten damit vernetzen und gemeinsam auf der Basis dieses Wissens neues Wissen erarbeiten. Diese Prozesse beschreiben unter anderem auch Konstanze Marx und Georg Walterer, Internetlinguistik. Das Ganze, die Internetlinguistik sei Ihnen hier nur empfohlen, wird uns im Wesentlichen aber nicht durch die Vorlesung begleiten, denn sie ist eher ein genereller Einblick in dieses neue Forschungsfeld. Und zum Abschluss ein Blick auf den größten Kampfplatz und deswegen noch einmal die Metapher vom Anfang zur Verteidigung der Präsenzlehre auf den größten Kampfplatz, auf den wir uns im Moment einstellen und einlassen müssen. Die sogenannte Openness oder Open Access Bewegung, die auch Open Educational Resources erfasst oder umfasst. Und hier geht es ganz pauschal um Fragen des Urheberrechts und der freien Nutzung von Wissen, das in unseren Universitäten erbracht wird. Und es würde mich sehr freuen, wenn man zum Beispiel mit Roland Borghards oder mit Kai Bremer darüber in Kontakt treten könnte. Und vielleicht ergibt sich das ja bisweilen, wie sie denn zur Open Access und Open Educational Resources stehen. Das würde mich sehr interessieren und mit dieser Frage möchte ich die Vorlesung heute beenden. Ich hoffe, dass Sie nicht einen allzu schockierten Blick auf die Diskussionen und Debatten in der Wissenschaft bekommen haben. Mir ging es aber darum zu zeigen, mit welchen Bandagen im Moment diese beiden Kulturen und Phänomene gegeneinander ausgespielt werden sollen. Als Diskurspositionen in einem Diskurs um die Qualität der Hochschullehre und wie gleichzeitig die Prinzipien der Kultur der Digitalität von Felix Stalter ein Katalysator darstellen für die Dynamik, die dieser Prozess jetzt in den letzten Wochen genommen hat. In diesem Sinne, ich bin gespannt auf Ihre Fragen, freue mich auf die Diskussion jetzt mit Ihnen im Chat. Und für alle, die vom Digitaltag zugeschaltet haben, denen wünsche ich ein noch viel Freude und gute Unterhaltung und hoffentlich das ein oder andere anregende Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen, die für den Digitaltag ein entsprechendes Angebot vorbereitet haben. Bis dahin und bis nächste Woche bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Bis dahin und bis nächste Woche bin ich ganz herzlich,